zu rechnen. Aber egal. Oh, warte, geht's hier nicht. Hoffe ich. Noch nicht. Yay. Es ist immer toll, wenn man merkt, wie viel Talent man noch hat. Was sagte ich gerade? Da fällt mir gerade ein, dass sicherlich nicht vorgesehen war, dass man den Stab hier hochgeht. Los, los. Okay. Aber wir müssen Winkel schätzen. Ja, ähm. Schätz mal, in welchem Winkel du am besten abstürzt. Ich glaube, diese Aufgabe habe ich gerade gut getroffen. Ja, 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 ja. Du kannst es ja doch, Tai. Ich hatte schon, Sepp, nicht glauben, dich verloren. Es ist doch nochmal, diese Striche zu füllen, oder habe ich da was falsch verstanden? Oh. Oh. Und wieder ein geratschten Seck, äh, Seckpoint. Seckpoint. Was ist ein Seckpoint? Ist hier wieder alles voll kleistern mit unseren neongrünen Farben. Mir geht auch langsam so ein bisschen in die Gesprächsthemen aus. Langsam merkt selbst mein Körper, dass es jetzt schon fast halb zwei ist. Und wieder ein geratschten Seckpoint. Äh, warum Seckpoint? Tai? Wie kommt's... Ah! Achso. Verstehe. Das ist so eine Sprungfeder. Ich dachte erst, das Ding geht hoch. Yay! Perspektivenwechsel. Und wir haben wieder alles drei! Ja, lassen wir dieses Spielchen. Warum ist das Blau dunkler? Will die Stadt ansprühen! Die gehen dann nach oben, die Pügelchen. Ach ja, nein. Ja, Perspektivenverdrehung und so und was. Naja, äh, was haben wir jetzt zu tun? Von wo kommen wir? Wir kommen von da. Warum schwebe ich hier? Warum schwebe ich hier? Ich glaube, das ist physikalisch nicht zu erklären. Warum habe ich mich jetzt gedreht? Naja, egal. So! Und weiter... Ah, okay. Ich hoffe, das soll so funktionieren. Und ich verstehe nicht schon wieder was falsch. Ja, es soll so funktionieren. Ja, es soll so funktionieren. Okay, jetzt haben wir es. Zumindest Pseudo richtig gemacht. Aber das reicht mir schon. Ja, okay. Den Zug kriegen wir jetzt erst mal nicht. Kommen wir da runter. Schnell. Ich gehe langsam wie Geduld aus. Huch, nein! Ich kapier's einfach auf Anhieb nicht. Das ist super. And once again! Ähm, was? Wo? Da! Knapp, knapp! Und rennen! Haften bleiben! Und verhaftet werden! Ho, ho! Oh! 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 Geht das? Ja, oder es geht so. Es ist nicht so einfach, jetzt auf Anhieb mit den ganzen Farben zurecht zu kommen. Welche Farbe wann kommt, wenn man... Warum? 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 Verwirrung gestiftet! Ah, okay. Verwirrung beseitigt! fear the power of blueness! Es ist auch immer toll, wenn man aus irgendwelchen random Englisch-Verben oder Wörtern, ja mit Verben ging's ja noch, ähm, außer man ein Substantiv macht, indem man ein Nis ranhängt. Oder man nimmt einfach gleich ein Substantiv und hängt noch ein Nis ran. Das ist noch mal kreativer. So wie, ähm, ein Insider, der auch im Minecraft-Lyker war, was zum Beispiel schon genannt wurde, Desert Nis. Super Wort. So, ich hoffe, wir sind jetzt noch langsam mal durch. Ich meine, ich find's schön, wenn die viel programmieren und... Ah, okay. Ja. Oh, wir... Cool. Wir haben keine Farben. Ah, geil! Wir haben noch ein Level vor uns. Sozusagen. Im übertragenen Sinne. Ja. Ähm. Ah! Glauben. Spider-Man! Spider-Tie! Spider-Tie! Ah, da hoch. Ich weiß gar nicht, ob es hier jetzt auch ein Ziel gibt oder ob das eigentlich... Ha. Das war völlig unnötig eigentlich. Wenn man sich mal die Namen anguckt. My Mom, my Dad, my Sisters, my Friends. Sheep Bottle. Pizza Service. Ach, toll. Paint.net. Yay! Damit mach ich meine Grafiken auch. Lipton Green Tea. Was da alles steht zum Teil. PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation P. I still hate Guilty Gear. Das ist toll. No sleep. India. India. Da sind Tyler Woods. Ist das nicht ein... Okay. Ja. Ähm. Bongtab-Bang-Kan-Tai-Chuind. Ja. Es sind super Namen. Die lassen sich super leicht aussprechen. Das finde ich super. Und wenn ich nochmal super sage, werde ich mich erstechen. Oh. Ja, es gibt anscheinend hier gar kein Ziel mehr. Was ich mal schon gedacht hatte. Es geht wirklich nur... rein um die Entwickler. Um die Credits. Wo man hier noch irgendwie... Kann man vielleicht doch noch... Eigentlich braucht man die grüne Masse gar nicht mehr. Aber man braucht eigentlich nur das Blaue hier. Hm. Aber es bringt mir auch irgendwie gar nichts mehr. Also das ist mir jetzt endlich sowieso nichts bringt. Das weiß ich. Aber ich muss auch noch ein bisschen Zeit rumschlagen. Ich bin jetzt gerade bei 50 Minuten Aufnahme fast. Und das lässt sich nicht gut schneiden. Also das ist jetzt der höchste Punkt, an den wir gelangen können. Und das ist jetzt der höchste Punkt, an den wir gelangen haben. Und das ist jetzt der höchste Punkt, an den wir gelangen haben. Ja. Also Zeit und schneiden hin oder her. Ich habe jetzt hier nichts mehr zu tun. Es ist vorbei. Vielen Dank an Team Tag. Vielen Dank an Tatschwang, Tantakosol. Vielen Dank an Teyyevkoli, an Ted Rnera, Tyler Woods, Brad English, Pongtombank, Changchai Chuyit, Joshua Jones, nochmal Team Tag. Und, naja, egal. Ich will jetzt hier nicht weiter Zeit schinden. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich packe genau den Link zu diesem wunderbaren Spiel. Also meiner Meinung nach wunderbaren Spiel in die Beschreibung. Und ich empfehle euch auf jeden Fall, dieses Spiel mal runterzuladen. Mal selbst reinzugucken. Ähm, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Teil. Bye.